Die erste Bezugsperson war meine Großmutter im Burgenland, weil ich als kleines Kind hingekommen bin. Und es ist im Weiteren immer die Maika auch geblieben. Und das war auch der Mensch, was ich annehme, der mich geprägt hat und mit viel, viel Liebe aufgezogen hat. Sehr gläubig war es nicht, nein. Also sie ist ausgewichen, was sie können hat, weil damals haben die Pfarrer sehr viel Macht gehabt. Und das hat es mir natürlich als Kind auch beigebracht, dass ich denen ausweiche, den Schwarzen. Und da unten ist ein sehr schwerer, lähmiger Grund. Und wenn der Pfarrer gekommen ist, hat man sie niedergenähen und auf kroatisch sagen, also gelobt Jesus Christus. Und hat erst aufstehen dürfen aus dem Dreck, wenn der Pfarrer die Hand gekommen hat und gezeigt hat, also kannst du aufstehen. Sie hat mich mit zwei Sprachen aufgezogen. Ich habe, wie ich sprechen habe gelernt, konnte genauso gut mit den Kindern dort kroatisch sprechen, wie eben, wenn wir die paar Tage in Wien waren, wie Deutsch können. Anklageschrift gegen die Haushälterin Katharina Smuditz, geboren am 18.03.1926 in Wien. Katharina Smuditz war in der Zeit von Mai 1941 bis Sommer 1942 als Verbindungsperson in der KPÖ tätig, nahm wiederholt an Treffsteil, stellte verschiedene Verbindungen zwischen kommunistischen Parteigängern, insbesondere Johann Sokop und dem Spitzenfunktionär Maustadl her. Vor Beginn dieser kleinen Verhandlung ist ein Mann gekommen, gut angezogen, mit einer lederen Aktentasche, und hat sich zu mir zurückgestellt, hat mir sogar die Hand gegeben und hat gesagt, ich bin ihr Anwalt, mein Name ist Dr. Doppler. Vorher hat er sich nicht um mich gekümmert, nachher auch nicht, und was er dann zu mir gesagt hat, bedanken Sie sich für das milde Urteil. Und ich bin davor gekommen, dann mit Jugendgefängnis, hätte meine Zeit schon angesessen gehabt, ein Gestabler war aber auch dort, der hat dann auch gesagt zu mir, ja, Stichsketterl, jetzt kannst du rausgehen. Und da habe ich gesagt, das glaubst du selber nicht, ja, und habe ja recht gehabt, weil ich habe gewusst, dass niemand freigeht, ja, dass man dann eben in der Lage kommt. Schräg von unserer Zelle war ein gelbes, großes Gebäude, das war die Bäckerei. Und man hat bei den kleinen Guckern hinübergesehen. Wir haben uns mit Stummerlsprache, das war ganz einfach, A war so, B war so, C war so, das haben wir ganz geschwind erlernt gehabt, von früheren Gefängnissen schon, und konnten uns damit verständigen. Die Aussagen nach 1945 waren immer, dass so wenige hingerichtet wurden. Ich kann aber mit Gewissheit sagen, dass ich mich da weder irre, noch dass sich diese Häftlinge geirrt haben, die wussten genau, wie viele Brote weniger, und wie viele Ketten zurückgekommen sind. Ich, als Überlebende der Zeit ohne Gnade, kann wohl sehr gut nachfühlen, was Friede, Freiheit und Demokratie und Freude am heutigen Tag bedeuten. Deshalb meine große Bitte an alle Anwesenden, Freunde, Antifaschisten, Mitmenschen und besonders an die Jugend. Glaubt nicht irgendwelchen Clowns und Großsprechern, die mit ihren Worten unsere Demokratie gefährden. Tretet mutig allen faschistischen Tendenzen und Anfängen entgegen. Setzt eure ganze Kraft für ein freies, demokratisches Österreich ein, damit noch viele Generationen den 8. Mai als Tag der Freude und Beginn eines langen Friedens feiern können. Dankeschön. Eine für den anderen einzustehen, nicht zu fragen, was helfen wollen. Zumindestens habe ich auch nie den Glauben verloren, dass man mit Güte und mit Menschlichkeit nicht mehr erreichen kann, als wie mit Gemeinheit und Brutalität, so wie uns der Faschismus gezeigt hat. Wenn ich gesehen habe, dass der andere nicht mehr viel Kraft hat, habe ich versucht, mit Güte ein paar Liebeworte oder nur einen Liebenblick. Und das verstehe ich unter Menschenliebe.